So Leute, jetzt geht es durch den Park nach Klamm und dann geht es rauf auf die Zugspitze. Echt eine Hammer Gegend hier, muss man schon sagen. Das ist schon der Hammer. Ja, hier so durch die Klamm zu gehen, das ist so geil. Das kann ich jedem nur empfehlen. Also ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt hier raufgeklettert bin. Jetzt bin ich fast hier oben bei der Knorrhütte, also fast eigentlich oben. Aber gebt euch mal den Ausblick, hey, das ist doch der Hammer. Ich glaube, so nah war ich dem Himmel noch nie. Also Leute, ich bin gerade hier die Zugspitze hochgepilgert. Ich bin um 9 Uhr in der Klamm losgelaufen und ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Jetzt ist es 17 Uhr, habe sieben Stunden, acht Stunden gebraucht. Also man sollte diesen Berg auf keinen Fall unterschätzen. Da drüben, hier seht ihr das Gipfelkreuz und es hat mega Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich total fertig, jetzt brauche ich erst mein Bierchen. Und jetzt bin ich zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020